Hallo liebe Urbex-Freunde, heute war ich mal nach langer Zeit wieder unterwegs und besuchte eine verlassene Minigolfanlage mit Gasthaus. Das Gasthaus wurde vor fünf Jahren dauerhaft wegen Krankheit geschlossen. Wenn euch das Video gefällt, lässt doch ein Abo da und ein Like. Viel Spaß beim Video und los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.